Die Pause ist vorbei. Endlich wieder Mario mit Manuel. Hallo. Hallo. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Manu rett die Ziel. Ich sterbe an irgendwas lustig. Ich hab Katze. Ich will nicht mehr. Oh, er ist gut. Okay, ich hab's leider gleich in dem Ziel. Und, wow. Was? Wie cool war der Move denn? Ja, die brauchen wir. Wir hoffen da gerade rumzuklettern. Warum denn? Ich bin eine Katze. Ja, wir müssen den Bowser töten. Das ist ein Zombie-Level. Achso. Stimmt. Ja, dann, dann. Oh, oh. Oh, oh. Warte. Hilfe, ich kletter einfach. Ja, wird Schambekommen. Ja, ja. Ihm geht's dem ja so gut. Ja, ich. Ich lock ihn her. Oh, oh. Du musst nach rechts, links ist das böse. Ich weiß, wegen diesen komischen Snakes, ne? Ja, ja, ja. Ich kann den grad nicht weg. Ich töte ihn aber als Katze. Stimmt, das geht auch. Wenn er mal landen würde. Oh, ist die okay. Hä? Oh Gott! Hilfe! Haut rein. Haut rein. Ja. Ist er gelandet mal wieder? Oh Gott. Wo ist er denn? Es war so knapp. Alles los ist nicht gesehen. Hä? Hä? Ich bring ihn jetzt um. Ich hab ihn einmal geschlagen. Er ist down. Gut gemacht. Oh. Alles mitnehmen. Komplettes Equipment. Komm, ne Stunde noch. Bis gleich. Nice. Was denn? Trick verloren? Nee. Irgendwas abused? Ja, behalte die Pau, behalte die Pau. Hier war ein Boss. Ich hab den einfach mit dem Pau one-hitted. Mach das auch. Ach so. Ach so. Als Ort. Hörte sie. Hä? Hast du den richtigen erwischt? Oh, hier ist eh nochmal ein Pau. Ach so. Du hast ihn einfach gehämmert. Ja. Du hast nicht mal die dumme Feuerblume bekommen, die man bekommen sollte. Komm. Komm. Äh, hab ich gar nicht gehämmert. Du hast ihn schon angebracht. Das sah nur so aus. Alles so optische Täuschung. Oh oh. Ja gut. Tschüss. War schön mit dir zu spielen. Tschüss. Ein Checkpoint nur? Jetzt renne ich. Ja, renn ruhig. Hier kommen hier eh nur wahrscheinlich 100 weitere Bosse. Das stimmt, ja. Ja, das ist irgendwo ein Pau. Das ist wirklich ein Zombie-Level, ne? Das ist einfach ultimative Zombie-Level. Hallo, ey, auf! Also jetzt reicht's. Ja, eigentlich ist so dieses Gegenspringen das einfachste. Das Geräusch. Ja, du kannst aber einfach surfen auf hier. Wow! So, und letzter Haube. Ja. Wie du bekommst. Ach so. Ja, weil der, der näher dran steht bekommt. Den hab's vergessen. Oh! Wow! Cool. Ich hab ihn. Ich hab ihn auch. Äh, sie. Das ist neben. Das brauchen wir. Weiß ich nicht. Hä, hä, hä. Ich hab's schon bekommen. Oh. Hier sind nur Fakes bei mir. Ich seh nur Fakes. Komm, würde ich denen jetzt wieder klein. Unfair. Hast du? Hier lebt da noch einer. Hier lebt da noch einer. Hier lebt da noch einer. Okay. Hallo? Was ist hier? Warum hast du mich geschossen? Oh, sie hat aber nichts. Okay. Oh, was ist das denn hier? Oh Gott. Hör auf mich umzubringen. Das ist ja so ein... Du hast den Block... Du hast den aufgemacht. Wie hast du den aufgemacht? Keine Ahnung. Es geht. Vielleicht war er es auch. Er war es. Alter, was ist das für ein Level? Alter, was ist das für ein Level? Ja. Hier. 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 Oh, was ist das jetzt hier? Was ist das da? Nein! Drück dafür nochmal! Ja, aber das ist der Jump! Oh nein! Ich will ihn mal probieren! Wie geht der denn genau? Rechts in der Ecke oder so, ne? Ja, hallo? Lass ihn mich probieren, geh weg! Genau, du bist einfach mein Reset! Irgendwie direkt im selben Frame nochmal springen oder sowas! Ist doch einfach! Mhm! Ah, siehst du? Warte! Jetzt zum ersten Try! Ich hab einfach nur springen gespumpt, ich hab nichts taktisch gemacht! Warte! Komm mal! Ich komme! Wenn ich treff! Pfff! Ja! Ah! Okay, okay, okay! Kann ducken vielleicht auch? Weiß nicht ob du das... Kamera, kannst du bitte wieder runter gehen? Ich will Manu sehen! Ich kann für dich resetten! Ah! Spawn doch mal am Anfang! Ich resette für dich! Ah! Okay! Okay! Okay, jetzt hier weiter! Lol! Oh Gott, mit Anlauf! Oh mein Gott, das ist wieder ein absoluter Spaß! So und dann spawnen und dann versucht immer einer? Mhm! Okay! Jetzt spawn ich wieder bei dir! Genau und dann... Alter! Oh! Ups! Also wir können uns im Notfall gegenseitig werfen noch irgendwie oder so! Der war nice! Okay, man muss echt so möglichst am Rand springen scheinbar! Haps! Alter! Okay! Jetzt resette ich hier! Okay! Ja! Ah! Ich muss echt springen! Oh! Ich bin am Anfang gespawnt! Nochmal! Okay! Hab einen! Du brauchst ja nicht ducken! Ich hab mich nie geduckt! Ich hab mich nie geduckt! Okay! Hallo! Hi! Äh! Lol! Da brauchst du ja volle Lutsche an! Lol! Ah! Da sind zwei hintereinander! Hä? Äh! Drei Stück hintereinander! Okay! Jetzt spawn mal! Im Multiplayer ist das absolute Hölle! Weil man halt noch Verzögerung hat bei allem was man macht! Ah! Ja okay! Achso meinst du das! What the fuck! Was ist das denn? Mann! Lass mich nochmal bitte! Ja mach doch! Achso! Ich bin doch offen! Die sind ja fest der Engst! Kannst du umschalten? Ich bin... Okay! Nochmal! 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 Oh! Wieso lebe ich? Hallo! Ich hab so gestruggelt! Okay! Hä? Es wird immer besser! Äh! Achso! Ist ja... Ich warte immer auf irgendwas! Alter! Das ist die Hölle! Alter! Spring doch bitte! Oh! Da bin ich glaube ich schon nach links weggerutscht! Okay! Spawn! Warte! First Try! Hä? Was war... Ich hab beides getroffen! Ja! Ist mir auch passiert! Kann man bestimmt auch so am Stück hochklettern! Okay! Ja! Ich glaub sogar das ist einfacher! Oh! Mach nochmal! Oh! Nice! Hab ich das auch mal geschafft! Mein Try! Okay dann mach! Nice! Good try! Was ist das denn? Ach! Scheiße! Mach! Nein! Warum bringst du mich denn um? Ich hab noch nicht so viel Zeit! Jetzt kannst du schon mal von da aus probieren! Wie cool ist das denn? Lol! Hier ist noch einer! Könntest du einfach ausrufen? Ich hab's! Nein! Ich hab den letzten geschafft! Aber wusste er nicht wo ich bin! Oh! Da sind einfach drei! Warte! Ich hab einen Moment! Kann man einfach... Achso! Achso! Dann ist aber deaktiviert! Ah! Du musst einmal aktivieren! Genau! Ich hab's wieder geschafft! Aber... Ha! Ich hab hier gelebt! Mach schnell! Ich mach's jetzt in 20 Sekunden! Stell! Okay! Ja! Ah! Man kann's vorher umschalten! Ah! Ich seh's! Nein! Go Mario! Mist! Jetzt aber! Ich schaff's doch! Warte! Ich schaff's doch! Ich schaff's nicht! Nice! Warte! Ja! Okay! Geht nicht! Ja! 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 Perfekt! Guck mal! Können wir direkt da weitermachen wo wir waren! Okay! Warte! Nochmal! Okay! Nein! Achso! Ich dachte ich muss umschalten! Oh! Du zerstörst! Okay! Einen Tor gib mir noch! Was zerstört das! Okay! Ja! Der schafft's einfach! Mist! Nee! Letzter wieder nicht! Komm! Lass mich einfach hochhüpfen! So! Oh! Ich hüpfe die Stachel! Warte! Ich geh hoch! Bleib! Komm her! Warte! Hä? Ja! Du hast zu hoch gesprungen! Ja! Also hab's geschafft! Aber wohnt auch um! Äh! Expandiert! Ja! Ich hab' den zweiten Mal geschafft! Okay! Hab' den dritten geschafft! Und den Take-Point! Ah! Jawoll! Oder? Kings! Los Mario! Ja! Ich spring da immer zu hoch! Ja! Ich bin auch fast hoch gesprungen! Jetzt musst du zu mir kommen! Sorry! Okay! Ich geh doch nicht da runter! Was ist das? Versuch so weiter rechts wie möglich! Hä? Komm her! Bruder! Wir schaffen das Level! Warte ich komm zu dir! Bestimmt vor nem Trampolin so'n Ding benutzen dann, ne? Ja! Oder auch nicht! Hä? Ja! Jawoll! Ja! Das ist dumm! Also ist schon cool, aber mehr Spieler... Also dass wir eins schon geschafft haben, ist schon nice! Diesen Dreier! Das war schon unser Sieg! Äh! Der ist viel, viel einfacher als ich gedacht habe! Aber ganz ehrlich hab' ich immer gehofft, dass wir solche technischen Level... Äh! Mal bekommen! Auch so für Shell-Jumps und sowas! Ja! Shell-Jumps würd' ich auch gerne machen! Äh! Ich mein' es gibt solche Level, die man gezielt raussuchen kann! Aber so random die zu bekommen ist halt auch lustig! Alter! Äh! Was ist das für ein Zombie-Level? Äh! Ich bin mit... Äh! Wird ein Technik-Level! Ich bin... Die könnten eine Million zum Ball-Level kommen! Okay, warte ich... Der mehr jetzt direkt? Nee! Sollen wir nur da hochhüpfen und die Goombas zerstampfen? Gucken wir mal, ob irgendwo ein Stern ist oder so! Aua! Okay, mach' ich! Gott! Das einzig Schwere daran ist... Nicht Langeweile... Ja nicht zu sterben! Ach so! Zu sterben! Hm! Nee! Also hier ist kein Stern! Ich hab den... Dingens geklaut! Warte, ich hab die Goombas halbiert! Achtung, sie kommen! Tötsi! 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 Hallo! Oh! Schade! Ich war grad irgendwie woanders! Ich merk's! Hilfe! Also guck was! Ich rette dich! Ja! Ich hab's! Und! Ja! Loll! Was? Ich kann mich nicht bewegen! Mein Controller ist leer oder was? Nein du bist im Ziel! Jetzt geht's! Du hast doch gewonnen! Hä? Hä? Ich war im Ziel... Ohne im Ziel zu sein! Ich hab's gemerkt! Ich hab's gemerkt! Du hast irgendwie gleichzeitig an die Flagge und hast ein Trampolin berührt bestimmt! Irgend so ein Glitch! Oh! Was ist das jetzt wieder für Level? Beatrun! Achso! Beatrun mit 300 Sekunden! Oh ja! Oh ja! Sehr schön! Bitte schön! Ich hüpfe hoch! Da ist die Tür! Ich geh durch! Und! Oh mein Gott! Das beste Level aller Zeiten! Wow! Und ein Standbild! Ja du hast kurz geleckt! Das Spiel hat kurz geleckt! Alles hat kurz geleckt! Äh ich hab keinen Pilz! Aber du machst das schon! Okay wir sind ja in schwer! Also irgendwas muss ja kommen was noch ultra schwer wird! Oder nervig! Nimm! Nimm! Oh Gott! Das da! Ja! Warte! Spring und... Ja! Richtig schwer! Und! Hier hier hier! Hier ist toll! Vielleicht ist das wirklich ein 300 Sekunden Speedrun oder so! Was ist das? Da musst du unten rein! Ja du musst da rein! Du musst da rein! Ja aber da... Was heißt das denn nochmal? Weiß ich nicht! Ich benutze aber dein Pilz! Unten ist ne Röhre! Oh verdammt! Ah! Okay! 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 Gutes! Äh... Das ist kaputt! Das ist nicht für Multiplayer gemacht! Oh! Aua! Jetzt nochmal durch! Ja aber guck doch! Hier warte! Ich spawn bei dir! Warte! Ich geh mal nochmal auf dich! Meinst du das geht? So jetzt geh rein! Ich spawn dann! Geh nicht! Geh nicht! Ja! Kaputt! Solche Sachen die runterfallen sollen und dann wegschubsen im Singleplayer! Geh nicht im Multiplayer! Oh! Ich wollt's nochmal probieren! Okay! Das ist das Ziel! Ich... Da! Mario ist im Ziel! Bitteschön! Oh! 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 Das sieht aus wie ein Level! Richtig! Oh da ist ein Monster! Pilz ohne Feuerblume! Aber nicht die rote! Und dann können die so hart rumballern! Aber die haben einfach trainiert! Ich hab nen Schlüssel! Und ich hab's nicht! Achso! Da geht's raus! Hier ist einfach nur ne doofe Röhre mit nem Gegner! Checky Point! So! Du musst jetzt hier in die Röhre rein! Ha! Ha! Aha! Hallo! Jetzt hab ich irgendwas geöffnet! Wo ist der nächste Durchgang der offen ist? Ist egal! Da gibt's Pilze! Wir brauchen P-Switch! Wolltest du zufällig einen gerade? Das kann durchaus passieren! Hier ist aber sehr viel Böses im Busch! Oh! Da war ein Pilz! Aua! Ja! Okay! Ich hab... Nein! Oh mein Gott! Danke, dass du da bist! Bei mir spring! Spring! Genau! Wo bin ich? Hier? Hä? Was muss ich mich wieder hoch? Danke! Hä? Okay! Da unten komm ich her! Achso! Achso! Jetzt kann man den P-Switch holen! Passt! Ah! Jetzt kann man da durch! Ich musste davor oben lang! Jetzt kann man da durch! Danke! Und jetzt? Ist das hier? Das müssen wir auf jeden Fall nicht sterben! Willi! Nehmen! Ah! Okay! Damit können wir nach oben aufs Dach! Ja! Ist das jetzt hier? Eine Fragezeichenblock! Oh oh! Nein! Nein! Hier ist ein Survival-Game! Ah! Ist ja gut, dass du oben bist! Perfekt! Wieso? Was ist denn daran gut? Ja! Dass das Survival-Game einfacher wird! Achso! Oh Gott! Äh! Wie aktiviert man den Pau? Äh! Wie aktiviert man den Pau? Doch! Wenn wir drunter gehen! Wenn wir drunter gehen! Ah! Und dann reinspringen! Genau! Genau! Und jetzt? Kommt da noch einer! Was ist das für ein Boss? Huh! Okay! Ne, da wohl die Hinsportplätze hinspringen dann! Ja toll! Schön, dass da gerade also 70 Feuerbälle geflogen sind! Ich, ich, ich! Sponsor Sponsor! Bitte! Bitte! Ich bin tot! Ich habe gerade spawnen gedrückt! Jetzt stehe ich am Anfang vom Level! Hallo! Bin wieder... Ne, Moment! Wir können nicht durch! Wir müssen den Switch ändern! Hä? Wie machen wir das denn jetzt? Äh! Ich kann noch mal in das erste Ding reingehen, um den Switch zu ändern! Ja genau! Da habe ich einen Boss getötet! Äh! Das ist auch zu nett! Hä? Gut, dass du so eine Mechanik eingebaut hat, dass man die nicht doppelt machen kann! Äh! Fast schon gut gewesen, einen Checkpoint vor dem Boss zu machen! Ja! Hä? Achso! Den Block kann man nicht mehr... Ja hier war der Switch! Ja! Ich weiß! Ich weiß! Ja, das ist doof! Hä? Was ist das denn für ein Lock? Ein Multiplayer-spezifischer Lock! Ja, müssen wir neu starten! Äh! Ich wusste ich aber hier auch! Komm! So gehen wir zum Boss! Lol! Na hier ist ein Checkpoint! Warte, vor dem Boss war ein Checkpoint? Ja hier unten links! Wow! Da waren alle unsere Probleme beseitigt! Oh ja! Ich bin da! Nice! Jetzt kannst du umwarten! Und siehst mal, wie es ist! So zu leiden! Juchu! Ach! Da sehe ich den zweiten Boss, der noch kommt! Oh ja! Hä? Warum hat er das nicht mitgenommen? Warum ist da ein zweiter schon runtergefallen? Weiß ich nicht! Was passiert hier? Hä? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Der wo du... Ich hab den anderen mit dem P-Block getötet! Hä? Und der andere hat sich selber umgebracht! Warten wir nochmal hier rüber! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Oh! Ich will! Ich will! Ja stell dich hin! Töt sie! Von unten! Jetzt! Aua! Pfff! Natürlich stellen wir beide! Ah! Oh mein Gott! Hä? Der lebt! Ja wir haben noch... Ich hab ihn... Hab ich den gerade mit dem P-Switch ungewogen? Was ist passiert? Jaja! Du hast den zweiten Power gedrückt! Äh... Ja! Ja! Aktivier's! Hä? Oh Geld! Nein! Der ist doch was! Nein! Da oben! Guck! Weiter unten! Ah! Badabadabadabadabaa! Badabadabadabaa! Das wir beide einfach den Checkpoint übersehen haben! Ich mecker dann, dass es keinen Checkpoint gab! Und dann boosten wir uns eh einfach wieder zum Boss durch! Hahaha! Perfektes Abschlusslevel! Yo Leute! Das war's mit Mario! Wir sehen uns in einem Jahr wieder! Ich hoffe ihr hattet Spaß beim Zusehen! Vielen Dank an German Let's Play! Bei ihm gibt's auch Mario-Folgen! Schaut bei ihm vorbei! Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Mittag, einen schönen Morgen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oh ja, Zimmelmann.